Julian Claßen nimmt vor ein paar Monaten krass ab. Etwa wegen der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Bibi? Das beliebte YouTuber-Paar gibt im Mai nach rund 13 Ehejahren und zwei Kindern seine Trennung bekannt. Jetzt offenbart der Influencer, dass er im selben Zeitraum eine große körperliche Veränderung durchmacht. Also Anfang Mai war ich bei 85 Kilo. Dann habe ich innerhalb von zwei bis drei Wochen circa 25 Kilo abgenommen und habe mir dann gedacht, dass es ja keinen perfekteren Zeitpunkt gibt, als sofort mit Sport anzufangen. Julians toughes Sportprogramm zahlt sich inzwischen aus. Jetzt, vier Monate später, wiege ich wieder circa 15 Kilo mehr und fühle mich so viel wohler in meinem Körper. Und dass sich der Zweifach-Papa jetzt in seiner Haut wieder pudelwohl fühlt, ist wohl am wichtigsten.